Wildflowers Oh, eine neue Quist Now that they're both gone The task falls to us The Farseer Adept and I will cast the Glamour But once we do that We'll all need to drink a potion That allows us to see through the Glamour And find the stone circle The potions are brewed from the flower of the hedgehog grass Which only grows in the Gloaming Two of you will need to go retrieve it I wanna go? Can I? You're still an acolyte And acolytes can't go into the Gloaming Oh, so it's time for you to be promoted From this day on, you'll be known as Herbalist And to celebrate, I whipped you up some spirit flame Here you go, Herbalist Little will visitors to your shop know They're dealing with a bonafide certified member of the Fairhaven Coven Congrats! Grandma would be so proud of you Novice and Herbalist The two of you will visit the outskirts of the Gloaming And retrieve six hedgehog grass flowers Adept, you will accompany them I can't think of better company When you're ready, speak to me again And I will place the first keystone in its column About dang time Oh my god Sprich mit der hohe Priesterin, wenn du bereit bist, in die Dämmerung zu gehen Bin ich denn bereit? Moment, ich rede nochmal kurz mit den anderen Jetzt hat er auch noch ne neue Oh, was ist das denn? Äh Äh You heard about the debate coming up? I sure did I didn't think towns this small had political debates Oh, trust me Growing up in Fairhaven taught me that there's no town too small for local election drama And, äh, speaking of drama, I have an idea that'll make the debate unforgettable Das klingt ungut Okay, ähm, ja, wir sehen's erstmal positiv Oh, this should be good Let's hear it Oh, I knew you'd be interested I don't want to hurt Otto Even though he's hurt my business by doubling liquor taxes I just think it'd be good for the guy to eat a slice of humble pie Which, if eaten before the debate Will make him cluck like the chicken he is And you want me to make this humble pie, right? Yeah, but it's a special pie It's got a potion I know, dirty man, it was figurative So, are you in? Ähm, wenn wir das machen werden Das Problem ist, wenn wir das machen werden sie uns wahrscheinlich noch mehr auf die Schliche kommen Ähm Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich lustig, das Ganze mal zu sehen Ne, also im Spiel selber Aber wenn wir das machen, glaube ich würde das dem Zirkel schaden Weil die dann noch mehr auf uns aufmerksam werden Denke ich Ich weiß, ich bin jetzt ein Spielverderber Aber ich denke, dass die dann noch mehr auf uns aufmerksam werden Und das wollen wir ja verhindern Ich habe schon gedacht, vielleicht lässt sie sich ja trotzdem überreden Ich werde sie sicher halten, ich versuche Du weißt, ich sollte nicht überrascht werden Bei all den Flaschen-Sparklis Aber sie sind so schön Eine stachlige Angelegenheit Sammle genug Igel, Gras, Blumen, um Tränke für jedes Mitglied des Hexenzirkels herzustellen Also sechs Stück Was ist das hier? Ne Aber das leuchtete gerade so Was ist das? Was ist das? Ah, ja, die Beratungen Wir haben nie wirklich entstanden, wo sie kommen Wir haben wirklich nie gehört, wo sie kommen Wir sind nicht immer zu alles, aber pure Magik Du musst es schaden mit dir Blast es? Oh, wel, welchen Spell soll ich benutzen? Keine Spell, nur point und schaden Okay Okay Und ich hab mir schon Ich hab's mir schon gedacht Dass die Magieanzeige runter geht Jaja, sie sagt's ja auch selber Aber wieso können wir die nicht einsammeln? Das heißt, die brauchen wir oder brauchen wir die nicht? Da können wir sogar durchlaufen, okay Oh Ja, ich weiß, ich kann nicht schießen Warum kann ich denn nicht mit denen reden? Hallo? Hm, ich dachte, die sagen jetzt irgendwas dazu Okay, wir kommen so durch Ah, da ist was Das wird hier noch zum Action-Abenteuer Schlimm, schlimm So, okay Jetzt hab ich nicht drauf geachtet, aber sie hatte gesagt 5 mehr, ne? Das ist ja ein riesiger Teil hier Achso, ja, wir müssen eben mehrmals Lasst mich durch Ah, zwei brauchen wir noch Und ich hab nicht mehr so viel Energie Jetzt hab ich gar keine Energie mehr Also müssen wir dann doch Gucken Bier war auch gut dafür, ne? Tja Könnte ich vielleicht nochmal welches brauen Gucken Got it Good work, let's get back to the stone The vines won't attack us as we retreat We've cowed them into submission Oh, hold up I've never seen a plant like this before I've only heard of them But I think this is an echo blossom Whoa All the petals are covered in crystal Echo blossoms look normal Echo blossoms look normal But if you grasp the stem The flower takes a short impression And if you crack the layer of crystals Oops, it's so slippery No, no way I hope this works I hope this works Echo blossoms are powerful magic And my mamas and not many of them are left But if I don't make it out of the gloaming tonight I want someone to know I was here And these will be my little breadcrumb trail Gloria Is it true, Violet? That was your mom? I... I can't believe I just... Yeah... That was her So we know she came this way the night she disappeared It seems so... Violet, are you alright? What a shock to your system Oh my God Oh my God I saw her I really saw her Yes We should look for more of these Are you kidding? I'm not letting a single one get away I need to know everything Well, before we get into the search We need to get back and speak with a coven about it Ugh, fine But then I want to come right back and begin looking Okay I just had an impression of my mom She was there the night she disappeared By all the stars of the first witches I didn't think echo blossoms grew there anymore But if all three of you saw the impression of Gloria We'll have to look into this For now, herbalist, rest up Oh honey, what a day you've had In the meantime, novice, please attend to the glamour neutralization potion I hope you can have several cauldrons going This potion takes a while to brew I'll get to work on them right away Der dauert lange Ich hab aber nur einen So, neues Rezept Dies kann jetzt in deinen Kessel gebraut werden Warblicktrank Und Sichtessenz Okay Ich bin jetzt grad ein bisschen Ich wird jetzt das erste Mal seit langem glaube ich Tatsächlich das mit dem Fliegen nehmen Weil ich jetzt wirklich total aufgeregt bin Moment, das ist er, ne? Das hier ist unsere Farm Meine kleine Farm Und dann mal schauen, ob wir überhaupt die Sachen dafür da haben Achso, genau, den Glaskugeltrank können wir auch noch machen Ich weiß auch nicht, wie viel kostet so ein Kessel Ach, dafür brauchen wir Steine Steine und Eisen Na gut Dann setzen wir den Kann ich den nicht weiter nach links setzen? Dann halt nicht Das ist jetzt mein Zusatzkessel Sag ich mal Und dann brauen wir da, wenn wir es denn können Äh Achso, dafür brauche ich die Sichtessenz dann noch zusätzlich Und Kalziumpulver Moment Ähm Sichtessenz Achso, dafür brauche ich diese Okay, die muss ich dann selber herstellen Ja gut Was war das? Vier Stunden Vier Stunden Kalziumpulver Ach, das war das aus den Muscheln? Okay Das ist aber okay So, wenn der jetzt vier Stunden braucht und ich ja sowieso jetzt schlafen gehe Dann würde ich sagen Dass wir hier nochmal einen belebenden Trank machen In der Zeit Und Ja, da müssen wir dann ja drauf achten Aber ich meine Obwohl Beschleunigungszauber könnte man da drauf auch anwenden Es war aber nur ein Zeitbeschleunigungszauber Hm Ja, wir lassen das mal, würde ich sagen Also wir gehen jetzt erstmal tatsächlich Schlafen Und dann Ich denke mal, dass ich das Ganze auch in zwei Folgen definitiv splitten werde Weil das doch sehr lang war, dass ich dann den ganzen Teil Im Hexenzirkel in der eigenen Folge reinmachen werde Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Ciao I'm sleepy I'm sorry I'm sorry Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin